Die Schüler ausgeflogen. An den vielen Schulen der Stadt Wildeshausen stehen die Türen dennoch offen. Die Handwerkerkolonnen sind angerückt. So werden in den Grundschulen St. Peter und Holbein Schule derzeit die Toiletten auf den neuesten Stand gebracht. In der Wildeshauser Realschule werden neben vier allgemeinen Unterrichtsräumen die naturwissenschaftlichen Fachunterrichtsräume aufgehübscht. Mit rund 380.000 Euro stehen an der Hauptschule die höchsten Ausgaben an. Die Glasfassade des Haupteingangs wird erneuert. Auch im nächsten Jahr werde die Ferienzeit für Modernisierungsarbeiten genutzt, kündigt die Stadtverwaltung an.